Die griechische Regierung hat die von Deutschland und den anderen Geldgebern geforderte Reformliste eingereicht. Das teilte die EU-Kommission mit. Noch am Nachmittag soll bei einer Telefonkonferenz der Eurogruppen-Finanzminister darüber entschieden werden, ob das Hilfsprogramm für das hochverschuldete Land verlängert wird. Aus Sicht der Kommission sei die Liste umfassend genug, um als Ausgangspunkt für eine Verlängerung der Finanzhilfen zu dienen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017